Der Stuhl ist ein Symbol für Ruhen und Nachdenken. Erschaffe bewusst deine eigene Realität. Deine Fähigkeit, Wirklichkeit willentlich zu erschaffen, endet dort, wo deine Angst beginnt. Leben bedeutet der Angst zu begegnen, um sie in Stärke zu verwandeln. Lebe dein eigenes Potenzial und gehe deinen Weg. Musik Emotionen Erfolg bedeutet das folgen zu lassen, was du folgen lassen willst. Musik Sitzen, wie ich will. Sitzt du so, wie du willst? Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020